Jupp. Scheiß ganz ganz beschissener Dings von mir. Mega Ritter. Auweiler. Dafür war der Magic Archer ganz okay. Jupp, zwei Hits. Naja, okay. Da lässt sich überstreiten wie gut das war. Er kriegt zwar einen Hit, aber der Rest ist auf dem King. Jetzt würden sie drei Türme an, das ist nicht schlecht. Oh, die Skelettarmee ist so geil gegen die. Halt's Maul. Wieso kriegt ihr einen dritten Hit raus? Ich weiß, dass ich die Gegner schon starten kann. Digga, Reapers. Ich glaube, wir müssen Schluss machen für heute. Nee, wir haben alles angefangen. Och, Banditen. Was passiert? Erzähl. Das kann schon wieder nicht gut sein. Mein Gang gibt neun Sekunden. Ich wollte den King Tower anmachen. Der King Tower ist instant gefallen. Ja. Ja.